Guten Tag, hier ist Annette Weiß aus dem schönen Oberbayern mit traurigen Nachrichten. Wie wir heute erfahren haben, starb in der Nacht von Montag auf Dienstag die Grand Dame des deutschen Pornofilms, Dolly Domaine. Jahrzehntelang hat sie verkörpert, wonach sich deutsche Männer sehnen. 164, 93, so lauteten ihre Glückszahlen. Dolly Domaine, ein Leben wie im Rausch. Aufgewachsen im idyllischen Dorf Vielhamn, erfuhr Irene Pfaffenbüchsler, so der Mädchenname von Dolly Domaine, am eigenen Leib, wie schwierig es ist, in der Unterhaltungsindustrie Fuß zu fassen. Ihr Fuß war allerdings nicht ihr wichtigstes künstlerisches Merkmal. Nach etlichen Absagen von Amateurfilmern und von Sex Live bekam sie schließlich einen Job als Skriptgirl bei der Produktion, dem Frühling in der Lederhose. Ihr Filmdebüt als Hauptdarstellerin gab die Königin des Hardcore in dem Spielfilm Mörderische Möpse, ein Meilenstein des frühen 3D-Sexfilms. Der räumliche Auftritt der Diva konnte seinerzeit nur mit roten und grünen Brillengläsern wirklich gewürdigt werden. Unter der Regie von Wim Schenkel folgten die Sequels Mörderische Möpse Teil 2 und Rückkehr der Mörderischen Möpse. Nach diesen großen Erfolgen gründete Dolly Domaine ihre eigene Produktionsfirma, die Futon Film. Das erste abendfüllende Werk, Busen, Bier und Blasmusik, führte fast zum Bankrott. Mit dem zweiten Streifen besahen sich Frau Domaine auf ihr Erfolgsrezept und konnte das 69-fache der Herstellungskosten einspielen. Der Titel des Erotik-Blockbusters? Gesprengte Knöpfe. Die Abkürzung Do avancierte schnell zum Markenzeichen für erhebende Streifen. Dolly Domaine, die angeblich nie etwas anbrennen ließ, versuchte ihr Glück auch als Kochbuchautorin. Als Spezialistin für pikant Gewürztes brachte sie mehrere Werke auf den Markt, Bände wie Rosmarin Do oder Thymian Do. Ein Verkaufserfolg wurde jedoch lediglich ihr Ratgeber Dill Do. Mit Dolly Domaine und ihren mörderischen Möpsen haben wir Freunde verloren, die uns allen fehlen werden. Aus gegebenen Anlass ändern wir unser heutiges Nachtprogramm. Sehen Sie um 23.30 Uhr die erschütternde Dokumentation, der Mops ist tot. Untertitelung des Erotik-Blockbusters